Lasst uns in diesem Video mal so ein bisschen über die Visualisierung unserer Ziele sprechen. Ich habe mir früher immer am Anfang des Jahres immer so ein Vision Board gemacht, also so ein richtig physisches, wo ich mir dann einfach eine große Leinwand geholt habe und dann aus Magazinen irgendwelche Sachen ausgeschnitten habe oder mir extra Fotos ausgedruckt habe und das dann alles auf die Leinwand draufgepackt habe und mir die Leinwand dann irgendwo hingehangen habe, wo sie halt präsent war und wo ich sie immer dann jeden Tag gesehen habe. Und es ist wirklich gruselig, wie akkurat das teilweise war und wie viele Sachen sich davon dann wirklich erfüllt haben. Und ich würde von mir selbst behaupten, dass ich relativ spirituell bin. Also ich glaube zum Beispiel auch wirklich an das Gesetz der Anziehung. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das funktioniert und dass, wenn man einfach generell ein positives Mindset hat und mit Positivität jeden Morgen in den Tag startet, dass einem dann alles sehr viel einfacher fällt und dass man seine Ziele dann besser erreichen kann. Also selbst wenn du da so ein bisschen skeptisch bist oder denkst, das ist alles wuhu, du solltest dich definitiv damit auseinandersetzen, denn es ist auch einfach dieser Fakt, dass wir unsere Ziele sichtbar machen. Also das, was eigentlich nur in unserem Kopf ist, das machen wir mit einem Vision Board sichtbar, sehen das dann im besten Fall jeden Tag und haben das immer vor Augen. Und allein das ist schon Motivation genug, dass wir auch wirklich an unseren Zielen arbeiten. Deswegen, ob du jetzt glaubst, dass sich das auf magische Weise alles erfüllt oder nicht, ist es auf jeden Fall von Vorteil, sich ein Vision Board anzuschaffen. Und heute in dem Video schauen wir uns mal an, wie wir das Ganze digital machen können, indem wir Canva nutzen. Wenn du das erste Mal hier gelandet bist, dann herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist. Ich bin Anki und ich zeige dir, wie du aus deiner Leidenschaft ein Online-Business aufbauen kannst. Also wenn dich das interessiert, dann jetzt direkt einmal auf den Abo-Button draufklicken. Folg mir auch sehr gerne auf Instagram und dann starten wir jetzt ins Video. Der allerwichtigste Punkt ist natürlich, dass wir überhaupt wissen, wo wir dieses Jahr hinwollen, was unsere Pläne sind, was wir erreichen wollen, welche Trips wir machen wollen. Also dass wir uns einmal überlegen, wie sieht jetzt unser perfektes Jahr aus, wenn sich alle meine Wünsche erfüllen, wie würde dann dieses Jahr jetzt aussehen. Und dass wir das einmal festhalten, damit wir dann im nächsten Schritt natürlich das Ganze bildlich darstellen können und uns dann jederzeit vor Augen führen können. Ich mache es meistens so, dass ich das in verschiedene Bereiche unterteile. Also ich habe immer einmal so einen beruflichen Teil, dann natürlich auch einen privaten. Und wenn ich dann noch irgendwelche extra Wünsche habe, beziehungsweise extra Pläne, die ich mir jetzt für dieses Jahr vornehme, dann mache ich dafür auch nochmal einen separaten Bereich. Das kann zum Beispiel sowas sein, wenn du umziehen möchtest. Also du weißt, dass du dieses Jahr gerne ein neues Haus oder eine neue Wohnung haben möchtest und du bist jetzt vielleicht so gerade in der Planungsphase und schaust dich so ein bisschen um, was es auf dem Markt gibt, dann ist das jetzt der perfekte Zeitpunkt, um erstmal alles zu recherchieren und bildlich dir wirklich schon mal Gedanken zu machen, wie das aussehen soll. Also wie soll die Wohnung auch eingerichtet sein? Wie soll sie geschnitten sein? Von mir aus auch richtig detailliert, dass du schon mal guckst, wie soll das Geschirr aussehen oder solche Sachen, dass du da wirklich so tief reingehst wie möglich. und solche Sachen eignen sich eben super dafür, um da eigene Bereiche dann draus zu machen. Und ich würde sagen, wir springen jetzt einmal in meinen Laptop rein und dann erstellen wir so ein Vision Board auf Canva zusammen. Ich möchte mein digitales Vision Board später als Bildschirmhintergrund auf meinem Laptop haben, dass ich das halt wirklich immer sehe, dass ich immer damit konfrontiert werde, wenn ich am Laptop sitze, was ja so gut wie den ganzen Tag der Fall ist. Und deswegen müssen wir jetzt hier in dem Fall einmal einen Screenshot machen von dem Bildschirm, damit wir die Dimensionen haben von dem Vision Board, was wir dann eben erstellen wollen. Also ich mache jetzt hier einfach ein Screenshot von dem Bereich, der gefüllt werden soll. Und danach springe ich jetzt bei Canva rein und gehe auf Design erstellen und auf Foto bearbeiten. Und hier lade ich jetzt als erstes mal meinen Screenshot hoch, den ich ja gerade aufgenommen habe. Das Ganze lädt dann kurz und dann gehe ich anschließend auf diesen Button, wo drauf steht, in einem Design verwenden. So, wir haben ja als Beispiel jetzt gesagt, dass wir drei Bereiche haben. Also einmal berufliches, einmal privates und einmal eine Wohnung zum Beispiel. Und das bedeutet, dass ich jetzt hier erst mal noch ein paar Seiten hinzufüge. Und die erste, die kann ich jetzt schon rauslöschen, weil das war ja jetzt nur, damit wir da das Format haben. Aber das Bild an sich brauchen wir ja nicht. Und jetzt können wir hier uns austoben. Also das ist jetzt hier zum Beispiel der berufliche Punkt. Und jetzt müssen wir natürlich erst mal gucken, was haben wir für Ziele für dieses Jahr? Haben wir vielleicht ein bestimmtes Umsatzziel, was wir erreichen möchten? Haben wir uns als Ziel gesetzt, dass wir irgendwie als Speakerin bei irgendeinem coolen Event gebucht werden wollen? Oder gibt es irgendjemanden, mit dem wir unbedingt eine Kooperation machen wollen? Also diese Sachen halt, die meine ich, dass wir uns die jetzt einmal bildlich hier drauf packen. Und es gibt verschiedene Plattformen, wo wir jetzt natürlich unsere Fotos herbekommen. Die eine ist natürlich jetzt erst mal Canva selber. Also wir arbeiten ja sowieso gerade in Canva. Deswegen ist es ja naheliegend, dass wir uns dort als allererstes mal umschauen. Und dafür springe ich einmal zu Elemente und kann mir dann jetzt hier meinen Suchbegriff auswählen. Also ich gebe es meistens auf Englisch ein, weil ich glaube, dann kommen bessere Ergebnisse. Und wenn du dann deinen Suchbegriff eingegeben hast, dann klickst du einfach auf Fotos. Und hier werden dir dann eben schon verschiedene Fotos angezeigt. Und da kannst du dich jetzt einmal austoben und eben schauen, was da jetzt am besten zu passt. Und dir das dann in dein Vision Board, in deine Slide dort reinpacken. Ich nehme jetzt einfach hier mal dieses Bild, finde ich ganz cool. Und dann müssen wir das Ganze natürlich noch so ein bisschen von der Größe her anpassen, dass da natürlich jetzt noch Platz ist für weitere Ziele, die wir erreichen wollen. Wenn du dann erstmal zufrieden bist mit dem, was du da fabriziert hast, dann kannst du zum nächsten Bereich, also zur nächsten Seite weitergehen und dann zum Beispiel deinen privaten Bereich planen und dir da angucken, was möchte ich an mir selber vielleicht dieses Jahr erreichen. Also möchte ich mehr Sport machen, möchte ich mich gesünder ernähren. Also da sind das diese privaten Sachen eben, die du da in den Vordergrund stellen kannst. Und ich bin auch immer ein Fan davon, nicht nur Bilder reinzupacken, sondern auch Zitate, denn die sind meistens auch extrem motivierend für mich zumindest. Und das kannst du am besten mit Pinterest umsetzen. Also Pinterest eignet sich da wirklich hervorragend, um coole Zitate zu finden. Und dafür gehst du halt einfach auf Pinterest und erstellst dir einen kostenlosen Account. Und dann kannst du hier oben bei der Suchfunktion einfach den Begriff eingeben, nachdem du suchst. Also zum Beispiel Quotes Entrepreneur. Also kannst du natürlich auch auf Deutsch eingeben, aber ich mag das immer lieber auf Englisch. Und jetzt vielleicht auch nochmal Motivational eingeben. Und wenn du dann was gefunden hast, was dir gefällt, dann kannst du dort einfach draufklicken, dann rechtsklick und Bild speichern unter. Und das Ganze kannst du dir dann bei Canva hochladen und da dann auch eben in dein Vision Board einfügen. Dann gibt es noch eine weitere Plattform mit Bildern, die du nutzen kannst. Die haben meiner Meinung nach auch immer ziemlich coole Bilder. Und zwar ist das Unsplash. Also gerade wenn es halt irgendwie um was Ästhetisches geht oder um Inspiration für irgendwelche Reisesachen oder sowas, finde ich, haben die wirklich schöne Fotos. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal Roadtrip zum Beispiel eingeben, dann, finde ich, kommen hier schon richtig coole Bilder, die man richtig gut aus seinem Vision Board nutzen kann. Und wenn du dir ein Konto bei Unsplash anlegst, dann hast du da nämlich auch die Möglichkeit, das in verschiedene Kollektionen zu speichern und hast dann da quasi auch so Ordner. Und dann kannst du dir auch für jeden Bereich in deinem Vision Board dann eben einen Ordner dort anlegen und dann erst mal alles Mögliche sammeln, was du inspirierend findest und dann am Ende schauen, was du davon jetzt tatsächlich auf dein Vision Board packen möchtest. Und wenn du das dann fertig hast und zufrieden bist mit deinem Vision Board, dann musst du es natürlich noch runterladen bei Canva. Und dafür klickst du dann einfach hier oben auf Teilen und gehst dann auf Download. Und dann werden dir alle Seiten, die du erstellt hast, zusammen runtergeladen. Und dann müssen wir es jetzt anschließend natürlich nur noch als Bildschirmhintergrund festlegen. Und beim MacBook ist es jetzt so, dass du dann hier in die Systemeinstellungen reingehen kannst. Und dann klickst du auf, wie heißt der Punkt, Hintergrundbild. Und hier kannst du jetzt einmal auf Foto hinzufügen draufklicken und dir dann deine Slides von deinem Vision Board reinladen. Und dann kannst du eben auch auswählen, welche du davon jetzt benutzen möchtest. Und wenn du dann links auf dieses Bild draufklickst, wo du schon siehst in dieser Vorschau, dass da alle Bilder in einem versammelt sind und dieser Kreis ist, das bedeutet, dass das dann immer abwechselnd angezeigt wird. Und du kannst jetzt hier oben dann auch noch auswählen, in welchem Takt das angezeigt werden soll. Also soll das alle 30 Minuten wechseln, ist jetzt natürlich ein bisschen extrem lang. Aber du kannst zum Beispiel hier auch alle 5 Sekunden auswählen. Das heißt, dann wechselt die Slide alle 5 Sekunden oder minütlich kannst du auch nehmen. Oder du sagst, ich möchte das täglich machen, dass ich an einem Tag immer mein berufliches Vision Board vor mir habe und morgen sehe ich dann das Private. Ist natürlich ganz dir überlassen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Schreib mir doch super gerne mal unten in die Kommentare rein, welche Bereiche du auf deinem Vision Board so drauf hast. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann!